Hallo und willkommen wieder beim Thema Datenbanken. Heute befassen wir uns mit komplexen Operationen der relationalen Algebra, dem kathesischen Produkt, dem Verbund und den Mengenoperatoren. Häufig müssen Ausgabedubbel berechnet werden, die von mehreren Eingabedubbeln verschiedener Relationen abgeleitet werden. Bisher haben wir nur einzelne oder gleichartige Relationen in unseren relational-algebraischen Ausdrücken verwendet. Sehr oft müssen wir jedoch auch verschiedene Relationen miteinander verknüpfen, um Daten, die über diese Relationen verteilt sind, wieder zusammenzuführen. Die einfachste Operation für eine solche Verbindung ist das kathesische Produkt. Das kathesische Produkt verbindet jedes Dupel in der einen Relation mit jedem Dupel in der anderen Relation. Ein Dupel im Ergebnis hat daher alle Attribute der ersten Relation gefolgt von allen Attributen der zweiten Relation. Verbinde alle Dupel der Relation Kunde mit allen Dupeln der Relation Kauf. Wir sehen, dass beide Dupel der Relation Kunde mit jedem Dupel der Relation Kauf jetzt im Ergebnis verbunden sind. Allerdings können beim kathesischen Produkt sehr schnell große Ergebnistabellen entstehen. Daher wird er meist in Kombination mit einer Selektion verwendet. Der Verbund oder auch Join genannt, ist eine der wichtigsten Operationen der relationalen Algebra. Er ist eine Abkürzung für die Kombination von kathesischem Produkt und Selektion. Der Verbund verbindet nur jene Dupel miteinander, bei denen dies auch explizit gewünscht ist. Es gibt einige Verbundvarianten, die wir uns nun genauer ansehen werden. Wir beginnen mit dem natürlichen Verbund. Dieser verbindet Dupel in zwei Relationen, wenn die Werte gleichnamiger Attribute zweier Dupel übereinstimmen. Wenn wir also zwei Relationen R, A, B, C und S, C, D, E hätten, dann kann der natürliche Verbund wie folgt mit Hilfe von Selektion und Kreuzprodukt dargestellt werden. Das Ergebnis des natürlichen Verbundes ist wiederum eine Relation mit allen Attributen beider Relationen. Das Attribut C zum Beispiel kommt jedoch nicht zweimal vor, wie im Kreuzprodukt, sondern nur einmal. Ein Dupel der Ergebnisrelation setzt sich aus einem Dupel von S und einem Dupel von R zusammen, wobei die Werte der gleichnamigen Attribute übereinstimmen müssen. Sehen wir uns dazu ein Beispiel an. Wir möchten alle Personen mit ihren Adressen ermitteln. Dazu müssen wir die Relation Person mit der Relation Adresse verbinden, wobei gelten muss, dass die Adressen-IDs der Dupel in der Ergebnisrelation übereinstimmen. Der entsprechende relational-algebraische Ausdruck dazu lautet wie folgt. Das Ergebnis enthält alle Attribute beider Relationen, wobei Duplikate der gemeinsamen Attribute, in unserem Fall die Adressen-ID, nicht aufscheinen. Dieser natürliche Verbund lässt sich natürlich auch mit einer Projektion verbinden, welche die Ergebnistabelle auf bestimmte Attribute einschränken kann. Wie wir gesehen haben, kombiniert der natürliche Verbund zwei Dupel genau dann, wenn ihre gleichnamigen Attribute übereinstimmen. Oft heißen Attribute, die verbunden werden sollen, jedoch nicht gleich. Daher möchten wir selbst eine Bedingung angeben können, über welche Attribute verbunden werden sollen. Diese Möglichkeit gibt uns der allgemeine Verbund, auch Theta-Verbund oder Theta-Join genannt. Für zwei Relationen R-A-B-C-D und S-E-F-G lässt sich der allgemeine Verbund durch folgende Operatorkombination aus Selektion und Kreuzprodukt darstellen. Das Theta-Symbol steht für eine Bedingung. Das Ergebnis des allgemeinen Verbundes ist also eine Relation, die aus allen Attributen von R und S besteht. Ein Tupel im Ergebnis setzt sich aus einem Tupel aus R und einem aus S zusammen, wobei für dieses verbundene Tupel die Selektionsbedingung Theta wahr ist. Sehen wir uns dazu ein Beispiel an. Wir haben die Relationen Person und Land zur Verfügung. Sie besitzen keine gleichlautenden Attribute. Nun möchten wir alle Personen und die Daten zu ihrem Land ermitteln, in dem sie leben. Dies können wir durch diesen relational-algebraischen Ausdruck erreichen. Das Ergebnis listet uns alle Personen und die Daten zu ihrem Land auf, in dem sie leben. Eine Spezialform des natürlichen Verbundes ist der Semiverbund, auch Semi-Join genannt. Der Semiverbund ergibt nur die Attribute einer Relation, die im natürlichen Verbund ein verbundenes Tupel in der anderen Relation haben. Für zwei Relationen R, A, B, C, D und S, D, E, F, G lässt er sich wie folgt darstellen. Sehen wir uns wiederum ein Beispiel an. Wir möchten die Daten aller Personen, für die eine Adresse bekannt ist. Das Ergebnis listet uns alle Personen auf, für die eine Adresse bekannt ist. In unserem Fall sehen wir, dass die Person mit der Purs-ID 121 nicht in unserer Ergebnisrelation enthalten ist, da für diese Person keine Adresse hinterlegt ist. Nun wissen wir, wie wir Dupel aus unterschiedlichen Relationen miteinander verbinden können. Jetzt sind noch die Mengenoperationen übrig, die wir noch nicht besprochen haben. Dazu gehören die Mengendifferenz und die relationale Division. Diese sehen wir uns jetzt noch gemeinsam an. Die Mengendifferenz ist eine Operation, die aus einer bestehenden Relation alle Dupel entfernt, die in einer anderen Relation vorkommen. Um diese Operation auszuführen, müssen aber beide dieser Relationen dieselben Attribute, das heißt dasselbe Relationenschema, besitzen. Angenommen, wir hätten gerne alle Personen-IDs aus der Relation Kunde, die nicht in der Relation Teilnehmer vorkommen. Dafür können wir die Mengendifferenz anwenden, um zur entsprechenden Ergebnisrelation zu kommen. Die Ergebnisrelation enthält nur ein Attribut, Person-ID. Enthalten sind genau jene Werte von Person-ID, die zu einer Person in der Relation Kunde gehören, jedoch nicht zu einer Person in der Relation Teilnehmer. Die relationale Division ist ein Operator der relationalen Algebra, der es uns erlaubt zu überprüfen, ob bestimmte Attributwerte in der einen Relation gemeinsam mit allen Attributen der anderen Relation vorkommen. Die relationale Division lässt sich aber am leichtesten an einem Beispiel erklären. Wir hätten gerne alle Mitarbeiter-IDs aus der Relation Mitarbeiter, die schon einmal alle Dienstfahrzeuge benutzt haben. Wenn man die Relation genau betrachtet, stellt man fest, dass diese Bedingung lediglich der Mitarbeiter mit der M-ID 42 erfüllt. Und genau dieses Ergebnis liefert uns die relationale Division. Damit wären wir am Ende der Einheit. Jetzt kennen wir die gängigsten Operationen der relationalen Algebra, aus denen wir im Grunde alle Ausdrücke zusammenstellen können. Wir haben nun eine wichtige Basis mit SQL zu beginnen. Zuvor noch eine kurze Zusammenfassung. Das kathesische Produkt ermöglicht die Kombination von Dupeln aus zwei oder mehr Relationen und ermöglicht als Ergebnis eine neue Relation, die alle möglichen Kombinationen von Dupeln aus den beteiligten Relationen enthält. Der natürliche Verbund verbindet Dupel in zwei Relationen, wenn die Werte gleichnamiger Attribute übereinstimmen. Das Ergebnis des natürlichen Verbundes ist eine Relation mit allen Attributen beider Relationen, aber ohne Wiederholungen. Der allgemeine Verbund, Theta-Verbund oder Theta-Join ermöglicht es, eine benutzerdefinierte Bedingung anzugeben, wann zwei Dupel aus zwei Relationen verbunden werden sollen. Das Ergebnis des allgemeinen Verbundes ist eine Relation, die aus allen Attributen von beiden Relationen besteht, mit Wiederholungen. Der Semi-Verbund, auch Semi-Join genannt, ist ein Operator, der alle Dupel aus der einen Relation selektiert, die im natürlichen Verbund ein verbundenes Dupel in der anderen Relation haben würden. Die Mengendifferenz ermöglicht es, die Differenz zwischen den Dupelmengen von zwei Relationen zu berechnen. Das Ergebnis der Mengendifferenz ist eine Relation, die alle Dupel enthält, die in der ersten Relation vorhanden sind, aber nicht in der zweiten Relation. Die Relationale Division ermöglicht es, eine Division von Dupelmengen von zwei Relationen durchzuführen. Das Ergebnis der Relationendivision ist eine Relation, die alle Dupel enthält, bei denen für jeden Wert in einer Spalte einer Relation ein entsprechender Wert in einer anderen Relation vorhanden ist. Das war's für heute. Jetzt rauchen unsere Köpfe, aber wir haben viel Neues gelernt. Ich muss auch schon los zu einem weiteren Termin. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.